Hallo und herzlich willkommen zu einer Woche von der Wirtschaftsführung 2018. Wie heute sehen wir? Ich bin der Freundin. Ja, der Freundin ist der Freundin im Ausgang. Deswegen wollen wir uns schon überwinden. Aber müsste ich einfach überwinden. Aber ich glaube, ist er ja schon überwinden. Ich bin der Mann, der gab die Wicht, was ich hier zählen muss. Ich habe die Wicht. Und jetzt habe ich eine Frau. Ich bin der Mann in der Mann Schuhe. Ich bin der Mann. Der Mann in der Mann Schuhe, der man sich an der Mann. Ich bin der Mann in der Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich kann euch nochmal an die Dachau ausrufen. Ich kann euch nicht mehr sehen. Auf die Beliebte Aber habe ich verliebt. Ja, ich denke. und dann noch ein bisschen Geld an das Glasfeld und dann auch wenn dann wirklich hier ein paar Kilometer für das auf dem Kurspunkt da kann man das nochmal abformal und schneller in der Welt und dann noch ein bisschen Ich habe jetzt den Grund, dass das Gas nicht rauskommt. Ich denke, ich hätte das dann auch wieder so ein bisschen geblieben. So, ich denke, wir brauchen das Gas. Das ist doch auch relativ billig, auch vom Nähmchen hat sie. Ich meine, das gab ein Unglaub zum Paletten oder was. Der Fahrkantzug direkt. Der Fahrkantzug direkt. Der Fahrkantzug direkt. Der Fahrkantzug ist langsam aufgerichtet. Der Fahrkantzug direkt. Der Fahrkantzug critically. Ja, ich denke, das Netz ist, wenn man es dann ein bisschen verblieben ist. Ja, ich denke, das ist ein bisschen verblieben. Ja, ich denke, das ist ein bisschen verblieben. 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 Das war's. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir das Halm-PD-Kontrolle gemacht. 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 Ja, da ist es gut. Ich bin der Wachstum. Ich bin der Wachstum. Aber den Fohlen ist der Wachstum. Aber ist das, wenn ich jetzt dann lospackt, dann auf den Rückweg, ich schalte mich. Dann könnt ihr gleich die Vorladung alles machen. Dann kommt die Flasen. 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 Leute, warte mal kurz. Hallo, guck dir das mal an. Wo willst denn der hin? Wo kommt der her? Das ist der Wahnsinn, oder? Pss, saulustig. Du, allzu wie versprochen. Beim Checker bin ich da. Für Ausbeute an Ballen. 14 Stück. Naja, das sind nicht ganz 20. Dann haben wir uns dabei noch. Lass uns an Ballen. Ja, okay. Wir fahren mit. Dann kommen wir uns vor. 193. Ja, geil. Das sind noch zwei Laufen. Ja, fahren über 10.000. Geil. Haye. Was ist dann eine Waffe? Das ist nur noch zwei Laufen. Einmal wie das ist. Das ist noch zwei Laufen. Das ist noch zwei Laufen. Ah, die haben wir umgebaut, ich darf ja nicht. So, Hexel, Stopp, Stopp. So, Herr Schaften, anpacken, der Kalk. So, Hexel, Stopp. So, Hexel. Hast du gesehen? Ähm... Jetzt, der Sprit ist leer. Gold. Grat. Kicks. Für die 2.000 noch. So willst's. . Dr. Metal. C 50 Nm. Chryslor. Ooh-ooh-oh. Slip at 100 Nm. Der Cut-Tank? Jetzt muss ich mir erst mal überlegen, wie ich den betanken kann. Oh ja, wir sehen uns gleich wieder.